Vor mir stehen. Das waren nur Autos. Das tut sich jetzt im Hopspeed an hier vorbei. Und in der ersten kompromissischen Rücken der Bauer. Die Bauer der Bauer. Die Bauer der Bauer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die Supra, die arbeitet auch gut mit dem Heck. Ja. 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 Wir sind mit Grenzen gekommen, zu spät, eine 10 Sekunde zu spät geschaltet. Wir sind mit Grenzen, zu spät, eine 10 Sekunde 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 zu spät. Wir sind mit Grenzen, zu spät. Geil, oder? Das waren auch Autos. Geil! Der hat jetzt irgendeine Flüssigkeit verloren. Wir sind mit den Hosen. Wir sind mit den Hosen. Wir sind mit den Hosen. Ja, ich glaube nicht. Hast du gesehen, dass der permanent die Bremse durch solche Damen-Träger immer ESP geregelt wird? Wie auch immer das heißt. Und was der TCR macht, glücklicherweise kannst du es ja ganz ausschalten. Wenn du das nicht ausschaltest, dann gibt er dir selbst bei kleinstem Lenkwinkel keine Leistung frei. Oh, oh, oh.